Ein Mercedes-Benz E 200 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 90.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Finsofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 184 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017